Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Lukas, That Whisky Guy aus Wien Und wir werden jetzt Sonntag, 3. Juni um 21 Uhr zur gewohnten Zeit ein Whisky-Verkostung haben. Wir fangen an in Japan mit Hibiki Harmony, eine sehr weiche, eine sehr harmonische Whisky. Danach? Danach springen wir quasi über den Teich nach Irland und schauen uns den Teeling Small Batch an und zwar mit einem Rumpfass-Finish. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache dann hier. Und danach gehen wir nach America, also in den USA, hier mit Knob Creek, eine 50-prozentige Bourbon. Und zum Schluss? Zum Schluss gehen wir noch zu meiner Lieblings-Destillerie, nämlich zu Highland Park. Und da schauen wir uns den klassischen zwölfjährigen Whisky an von Highland Park eben. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Auch mit neuen Flaschen-Design bei mir. Whisky Jason hier, eine herzliche Einladung, jeden Sonntag, 3. Juni, 21 Uhr. Hier auf meinem englischsprachigen YouTube-Channel leider immer noch. Dazu einfach mal www.whiskyjason.de anklicken und da bist du sofort da. Hoffentlich sehen wir euch denn da. Whisky Jason plus Lukas, that whiskey guy aus Wien. Ciao. 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 Vielen Dank.